ich weiß nicht okay so schnell wie der standard erstmal denke ich nicht kaputt gehen aber ich denke es geht nicht mehr aufwärts schwer noch mit aufwärts gehen sage ich denke ich ja okay damals hat man sich das vielleicht auch denkt aber damals gab es auch acht spiele und jetzt ich weiß ich heute da kann ich mir das nicht richtig vorstellen weil es gibt einfach zu viele sachen die gegenden fortschritt spreche wenn man die sache das kann man zu nicht sagen es ist einfach ich weiß nicht es ist einfach ich denke wer sich ist es sich vorzustellen dass es noch besser werden kann ich denke wo sie halt noch einen schritt machen werden ist halt hier die richtung oculus rift und sowas hast du ja im gaming bereich auf jeden fall da werden sie auf jeden fall noch einiges denke ich hoffe ich verbessern aber so im allgemeinen da wird es echt schwer weil das gibt es nicht ich meine also allein den klumpetsch was legt ich habe mich ja schnell ich würde drüber aufregen man braucht doch einen terabyte arbeitsspeicher oder nicht auf jeden fall die höllen maschine damals auf die games kommen 28 oder ja so rum oder 64 gigabyte 128 glaube ich ja ja das gibt es ja auch schon also so einzelne 128 gigabyte arbeitsspeicher ja man es gibt auch so eine riesen festplatte wo du dir direkt aus mainboard 3 also rein baust auch glaubt so ein pc ein anschluss und die kacke kostet einfach 10.000 euro das baust hat halt mächtigen speicher challenge accepted der hat so viel speicher da würde ich voll nachschicken so viel speicher der rest andere sachen mit viel speicher nicht mit so viel speicher aussehen der lässt vier terabyte wie in wie einem b aussehen ich schwör digga auf käse ja man muss weg schon wlan wlan geht nicht zu hart ok meine mutter schritt zum urlaub zurückkommen ich hoffe die kocht jetzt gleich was ich habe verliebt ich hoffe die kocht jetzt erst mal was ja man ich hab dir gesagt wenn du nach außen kommst dann machst du mir essen und wenn das essen nicht um 18 Uhr auf dem tisch steht dann kriegst du aufs maul haben wir nicht verstanden ja dann 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 bestell ich mir eine pizza ja oh mein gott das wird sich auch vertreten ja man oh mein gott ich hab gedacht du bist schon boah junge ich versuche jetzt gleich mal diese noob die kann nicht schwer sein doch alter die ist 600 pro schwerer ja man bestimmt der troll komm ich probier die mal ich guck mir die mal an ne ne ich will sie ha du noob warum baust du das ab was hier hier war nichts oh hier hier kann man abkürzen machte ne ne guck mir das mal an von oben boah junge das gibt's nicht alter das wird ziemlich hart oder da oben hdh junge ich hab gehört ich wäre fast runter gesegelt ich probiere auch mal diese mysteriöse und ominöse leider ja ja sieht interessant aus alter was für ein aufstieg pfff 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 ja okay ein zwei sprünge sind richtig so vier sprünge geht's eigentlich ja so was haben wir hier ja can you get the get through the clouds was nee nee bist du da warte boah jetzt fängt es auch noch an zu regnen warte mal toggle down voll glee was was ist hier passiert da was ah ah da ist wieder so eine schnell challenge wo du gas geben musst wie wie wird's knacken alter einfach reingasen einfach reingasen fach oah 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 verdammt alter da bist voll in nem flow drin ja man endlich boah alter äh ganz ehrlich oder hunde was ist los alter nein ja ich will mal gucken was abgeht ich mach es wirklich noch mal nicht noch mal du machst es komplett ja ja ist ok alter das ist aber krank ok das ist echt krass aber aha holy shit ok in der tat komm auf ja oh alter jetzt hab ich fast schon flow den flow rider flow stimmt das ist da habe ich mich früher echt mal gebettelt ob das jetzt flow rider also low 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 oder flow heißt das lied natürlich dieses von das ist immer zurücklaufen ist richtig beschissen kann ich auch voll da kann ich die leute voll veräppeln ja heute die map kann ich voll veräppeln du springst dich einfach ein bisschen drauf dann stehe ich noch mal drauf Junge dann gib ich Gas gib ich Gas gib ich Gas gib ich Scheiße du du wuure was warum lächelnde smiley was für ein smiley nein oder das ist jetzt aber nicht seine angst das stinkt das stinkt fischen das stinkt was ist denn los wurd ich getrollt ne 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 passt oh doch ja ja und aber wie abtrünnig ja ja jawohl du du